Hallo und Willkommen zurück zu The Billet of Gay Tony Wir machen uns jetzt drauf und dran zum Helicopterplatz Ganz und dank hat Tony angerufen Wiss ich nix mit Yusuf machen Ich kann sagen Ich bitte Da Mein ordentliches Auto Ganz spannend So Oh Ich kieke die Kurve nicht, deswegen hab ich nach links gelenkt Oh Perfekt So So Finier So 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 Luis Meet our new friend The Celebinator Place to make your acquaintance Yo, you got like a real name? Or do I gotta call you the wusset? This is a gays I wear in public I ain't preferred if you call me the Celebinator Okay What's a lovely helicopter you've got here, Tony? I'd love to say this was mine, but I'm just barring it off a rich friend of mine, Mr. Yusuf Amir He let us use it because it's such a special occasion This is a very grown up gesture of yours I thought it'd be just tit for tat from here on in What you mean tit for tat? You just started insulting us on your website We ain't done shit for you I'm not naive, Luis The Derrier launch, Mason's fifth birthday He left me off the list, it was a deliberate snub What you talking about, man? We never even met you I was unseen, Luis Fuck it I honestly Me Why? Leaving me off the list, it was a declaration of war Soit? Show off from the sights, El I'll take the controls You really don't have to show me anything I ain't vlogged every inch of this town You know what? I don't think you've ever seen a pretty city like this What you doing, Tony? Help! We are only gonna thank us be careful up here, bitch! This isn't happening! You think we kiss your ass? You really up? You better tell me shit! Come back here! You think you are following me boys? Are you liking your dog, bitch? This hurt is dope sensitivity You big of me motherfuckers I think you're slapping Move in here bye now, huh? Du musst verlieren, Mann! Du bist so schwer! Du hast ihn, du hast ihn, du hast ihn! Hier geht's! Hey! Was ist das? oh ja gut nö ist passiert schon mal äh ja jetzt äh ignorieren wir einfach mal alles äh ja nee das machen wir nochmal ja 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 Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Oh, bollocks! Oh, bollocks! Oh, bollocks! Oh, bollocks! Oh, bollocks! Du bist tot, Mann! Du hast eine zweite Chance in der Leben! Du bist ein fucking miracle! Das wird dann machen. Du kannst das nicht mehr wiedersehen. Das ist eine gute Einstellung. Eine gesunde Einstellung. Ja, das war nur schöne Landung. Oh, ne! Klatscher auf dem Wasser. Hm! Ist das in Ernst? Oh! 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 Okay, T. Er ist ein wunderschönes F***, aber ich glaube wir haben ihn an dem Ende gesehen. Er wird uns keine Schmack-Doc mehr geben. Das ist gute Nachrichten. Wir sollten diesen Journalisten schmoozen. Es wird mein Glück. Das ist eine Frau. Wollen wir das mal wieder? Oh Gott. So, jetzt aber. Los geht's. So. Ja, so. Die eine. Hier. Und dann nicht wissen wie die wo die ist. Irgendwo. Ja. 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 Entschuldigung. Vorsicht. Du bist zur Zeit geschlossen. Boah. Was mach ich jetzt? Ich hab ein Auto. 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 Ähm. ich fahr nach hause hier nach hause nicht zum internet danke nach hause dann höre ich für heute auf und mache ich in der nächsten Aufnahmesession weiter weil ich jetzt wahrscheinlich dann einfach beim nächsten Mal weiter ja 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 kein Problem bruder das ist ein Weg ja 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 nein ja Du hattest genug? Hey! Get off the fucking road! You wanna keep doing this, motherfucker? Komm, steh auf! So! Gut! So, mal rein! Ein hübscher Bruder! Haben wir hier irgendwie... Hilf, hilf, hilf! Kann man nicht rein, Mann! Fehl kein Hilfpack! Wie es aussieht... Ah! Wahrscheinlich wenn ich Speicherer ist, ist es sowieso wieder voll! So, dann speichere ich mal! Und beende diese leicht kürzere Folge! Von... Wallet of Gay Tony! Sage Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Und auf Wiedersehen!